Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Ich möchte jetzt ein bisschen leveln, dass wir ein bisschen mehr Level zusammen kriegen. Sprachherausforderungen, Wissenschaft für die Terminals, dass wir das kriegen und so weiter und so fort. Zu viel gequatscht, zu wenig gesprochen. Ford Independence. Ford Independence. Ist das nicht die Burg, auch in Fallout 4? Sicher. Kurz nach dem Blick. Da unten kommt ein Ausgestoßener, wenn ich das jetzt richtig erlebt oder gesehen habe. Ich drehe da mal um zwei Spuren lauter. Ah, leiser. Bist du ein Ausgestoßener? Ich speichere jetzt da mal. Nö, noch tut uns nichts. Defender Rococo Rockfoul. Zu Ihren Diensten. Hier müssen Sie auf Ihren Kopf aufpassen, Fräulein. Schön, Sie kennenzulernen, Rock. Ich hoffe, Sie sind auf meiner Seite. Schießen Sie nicht auf mich oder meine Freunde. Ich glaube, wir kommen schon klar. Wer seid ihr Leute denn? Wir haben Powerrüstungen und große Waffen. Und außerdem sind wir jetzt am Drücker. Normalerweise ist das alles, was man wissen muss, um keine Fragen mehr zu stellen. Werden Sie jetzt aufhören, Fragen zu stellen? Zeit, dass ich gehe. Bis später. Kopf runter, Idiot. Raider im Anmarsch. Raider im Anmarsch. Gut, dann werden wir uns dessen anschließen. Aber mit Graziler Waffengewalt. Und sollte es ab und zu mal ruckeln, ich entschuldige mich, ich renne da gerade im Hintergrund. Was? Wenn Sie sich hier draußen unbedingt umlegen lassen wollen, machen Sie es wenigstens weiter vom Bunker entfernt. Ich will nicht, dass Ihre Leiche hier in unserem kleinen Stück Himmel verweist. Ähm. Meine Leiche würde das schöne Ödland doch ruinieren. Sie passt farblich nicht. Ähm. Glauben Sie mir, ich habe nicht vor, bald zu sterben. Das sagen Sie alle. Normalerweise kurz bevor Sie auf eine Landmine treten. Ich bin die Fan der Anne-Marie Morgan von den Ausgestoßenen. Halten Sie sich fern von hier, dann bleiben Sie unter Umständen am Leben. Ähm. Ich mache mich auf den Weg. Tschüss. Was? Zuerst so, äh, wunderschön mit einem bestimmten Ton und dann Tschüss. Also die Dialoge in den Spülen sind wirklich wahnwitzig geil. Ähm. Was hast du mit? So. Äh. Äh. Da geht es jetzt aber nicht in die Richtung unserer Markierung. Unsere Markierung ist da entlang. Genau da will ich hier. Da. Genau da will ich hier. Kenny, bleib auf dem Weg. Bleib auf dem Weg. Es fällt mir nur so schwer. Es fällt mir so schwer. Ford Independence. Was ist das, wir dann nochmal speichern? Mich würde es interessieren, was es da so schönes gibt. Sicher. Ford Independence. Das ist ja die Burgenfallout 4. Hä? Wie viel Unabhängigkeit-Forts gibt es denn? Na gut. Und Ford Monteo. Und Ford Kuga. Und Ford Mini. Was weiß ich. Keine Ahnung. Ich keine mir auch nicht aus. Bam, 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 bam. Also, feuchtes, äh, feuchtes Spül. Ach du Scheiße. ofen brahmin steak cool was wäre ich denn ohne brahmin steak da ist ja was in die luft gegangen oder mit als getäuscht eine maulwurfsratte weil diese schon fast leicht verdiente erfahrungspunkte vier stück sehr schön so was sie sind da nix hallo also nix was ist doch nichts das ist nix und das ist fix genau was ist das da ich würde sagen ein wunderschöner ort der radioaktiven müllbeseitigung ich habe keine ahnung was man den scheiß trägt mit sammlerhund cool hallo hallo bieten sie irgendwas zum verkauf an ein paar sachen habe ich schon mädel du bist schneller wie schauen kann mit dem pack nehmen mit ja aber ich bräuchte was zu verkaufen was was als sogar dass ich nichts mehr zum verkaufen habe weil dann habe ich nämlich nichts mehr zum verkaufen was ich glaube es ist nichts zum verkaufen 26 pfeiler 5 mm das ist für die minigun weg ein weiterer zufriedener kunde ja ebenso papa wie freundlich das heißt mit denen heißt nicht gerechnet dass die doch in den spiel so freundlich sein ja lehr bist du sie sucht zeitschriften magazine etc metro ticket nuka cola schmutzige vor sprache plus fünf ja das ist natürlich ideal rasenmäher messer kann man mit den kann man das ausrüsten und ein bisserl matern damit nö glaube ich nicht oder bin mir jetzt nicht sicher wie schaut denn das business wie schaut denn das business kleidungs mäßige ding aus die trich und reparieren plus fünf nahkampf waffen sprache waffenlos plus fünf sehr geil wunderkleber gut aber schauen ob ich so ob mich dieser kleber so verwundert wie er mich verwundert staubsauger das kann man mitnehmen die zwei autos mit metall kiste bei nächster gelegenheit kämen können wir damit viel geld machen blechdose und kronkorken und dessen einer kiste aufbewahrt die ausschauen würde als dezibus da bieten naja gut ja hallalila hallalo ich finde das immer so geil waren städtkopf verkrüppelt das ist putzig eine putzige beschreibung für etwaige kopf traumatische ereignisse blödsinn geschwafelt pur wie natur nur ich würde ein magazinchen brauchen ich würde mich auch mit kopf ist da kochstunde mit kenny was darf es sein also kisten bier und schnitzel na gut wo die nächste truhe also wirklich darbietungs mäßig bietet es ist ödlern natürlich na na da drüben ist eine kirche was haben wir denn hier bügeleisen sehr schön hockermaske die kämmer die können wir dann später wieder verkaufen oder auch benutzen hockermaske bissiger hund hundefleisch dog meat nö aber wisst ihr was wir werden uns trotz allem ein bettchen suchen und dann mal eine nacht pennen weil wenn man mich 100 pro sicher bei der kirchen erwartet uns was oder auch beim lkw das war es mal noch nie so genau muss aber doch oh obwohl ja gestehen muss hier könnte man sich doch glatt eine nacht hin hocken nö söldner charmeur outfit geil das können wir brauchen das ist wichtig so ooooh us army 30 praktische rezepte für den flammenwerfer apraxo da haben wir wieder eine truhe wodka das war drinnen bei hilfe glaube ich ja da ist das buch große waffen um eins erhöht ja schön sehr schön hm ok ok jetzt sagt man nix an wir behalten uns diesen lkw da im auge man kennt man nämlich doch schon ein bisserl was erkunden was war das was war das ne große versenkte bücher brauchen die truhe ist leer verschlossen schwer scheiße wir brauchen wir doch 75 8 uhr heilige scheiße ödländer flammenwerfer der muss weg dringend shit du reidiger bastard was hast du zu bieten toll ähm also nö klappe du arsch wort reparieren mindestens 45 erforderlich toll kenny ähm eine stange zigaretten buffer auto brauchen wir aber druck 6 300 dafür sind wir in fallout 3 überladen ja das macht spaß das macht freude das macht spaß wir werden die zeit nutzen und uns da bis sie her legen lügen wie im kongress cool machen wir zwölf stunden obwohl ich der meinung bin im lkw zu schlafen wäre gescheiter geworden ok wir haben es überlebt sehr schön lügen wie im kongress sprache um 1 erhöht haben wir nicht nur irgend außer komisches ding ins kirchen na ok war mal kurz wir schauen in 1 1 die 2 lassen wir mal fallen das tun wir weg wanderhändleroutfit feilschen plus 5 bei die waffen können wir da was reparieren können wir die reparieren sind das wieder 6 kilo weniger ich würde nichts weghauen von den schaß aus das ist bügeleisen da mal weg habt ihr auch gesehen dass ich gerade sah ja wunderbar aber jetzt da und und auch du kleine schirche mischbrochen jetzt komm her da und reise dein arsch auf habe ich schon erwähnt dass ich diese rektor für sich liebe aus dem wetz aus satte ist saugeil wo sind jetzt madame sie sind ja sehr hübsch hübsch hässlich haben sie es hier